Heute geht es um Part 6 unseres Angular-Tutorials. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen an diesem Sonntag zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um Angular, beziehungsweise um den sechsten Part unseres Tutorials und wie wir es erreichen, dass Komponenten miteinander kommunizieren können. Was heißt, wie können wir dafür sorgen, dass eine Komponente, die wir erstellt haben, eine Kind-Komponente beispielsweise, ihren Eltern-Komponenten, ihren Parents-Komponenten sagen kann, hey, ich habe was verändert, ich wurde gelöscht oder so etwas, pass dich bitte an. So etwas wollen wir heute machen, das ist ziemlich einfach und nicht sonderlich schwer und deswegen werden wir uns heute damit ein bisschen beschäftigen, wie man das Ganze machen kann mit Input-Variablen und Output-Variablen. Und damit legen wir direkt los, also viel Spaß und los geht's! So und los geht's mit dem zweiten richtigen TypeScript-Part. Was heißt, heute wollen wir erreichen, dass wenn wir hier auf Löschen drücken, dass wirklich etwas gelöscht wird. Wenn wir ein neues Feld erschaffen, wird ein neues Feld erschaffen und so weiter. Das heißt, das werden wir alles heute machen und dazu öffnen wir als erstes unser Interface. Das heißt, wir brauchen später diesen Event-Ping, den ich hier schon aufgerufen habe und in diesen Event-Ping importieren wir jetzt erstmal unsere eigentliche, unser anderes Datenformat, nämlich unser To-Do-Element. Event-Ping müssen wir hierzu auch noch großschreiben und wir sagen jetzt, okay, unser Event-Ping-Objekt besteht einmal aus einem Label, das ist ein String und aus einem Objekt und das ist ein To-Do-Feld. Das heißt, deswegen mussten wir das hier oben importieren und haben jetzt ein neues Daten-Objekt sozusagen erschaffen. Das ist schon mal ganz gut und wir können jetzt dafür sorgen, dass wir hier auch wirklich etwas rendern. Das heißt, aktuell erzeugen wir hier das App-Template manuell einfach mehrfach, das dürfen wir nicht mehr machen. Das heißt, das löschen wir jetzt weg. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, haben wir hier nur noch ein Element und hier unten auch nur noch ein Element. Was wir jetzt machen ist, wir definieren uns hier in unsere Pagelist-Komponente, in unserer TypeScript-Komponente, in der TypeScript-Seite der Komponente sozusagen, zusätzlich neue Elemente. Und zwar sagen wir hier, dass wir jetzt zwei Arrays generieren müssen. Und zwar einmal To-Do's, dann und To-Do's, dann und nochmal To-Do's. Diese beiden müssen wir jetzt natürlich ebenfalls noch importieren. Das heißt, wir sagen hier oben, wir möchten jetzt To-Do importieren und wir müssen hier oben auch ebenfalls Event-Ping importieren. Das Ganze speichern wir jetzt ab und haben uns jetzt zwei neue Arrays geschaffen, wie ihr seht. Jetzt nehmen wir hier einfach mal diesen To-Do-Array und schreiben hier Sys, To-Do, gleich und sagen, okay, es handelt sich hier bei einem Array, also eckige Klammern auf. Weil der aus Objekten besteht, sagen wir geschweifte Klammer auf, sagen hier ID ist 0, sagen hier Label ist Test, sagen Komma, sagen Status ist False, das ist noch nicht erledigt und Position sagen wir einfach ist 1. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Was heißt, wir haben jetzt einen Array erschaffen, dieser heißt To-Do's und das hat gerade ein Objekt. Das nehmen wir uns jetzt, dieses Datenelement, öffnen unsere Page-List und starten jetzt wieder mit einem Struktur-Operator, mit einer Struktur-Direktive, mit Sternchen, ng, for, gleich, Anführungszeichen, und sage hier, let to do of To-Do's. Was heißt, wir erzeugen jetzt diese Komponente für jedes Element, was in To-Do's steckt. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, erzeugen wir es einmal. Wenn wir jetzt hier das Ganze und dieses Objekt einfach mal kopieren, hier unten einfügen und hier ID 1 sagen und das ist ebenfalls False, Position 2 und sagen hier Test 2 und speichern das ab, erzeugen wir das zweimal. Aber ihr seht hier, wir haben immer noch unsere Standardobjekte. Was heißt, wir haben noch nicht dieses Objekt wirklich gerendert, sondern irgendetwas anderes. Und das machen wir jetzt. Und zwar müssen wir hierzu Binding benutzen. Wir müssen an unsere Kind-Komponente einen Wert weitergeben. Das können wir ganz einfach machen, indem wir sagen, okay, wir möchten in der Kind-Komponente unser To-Do-Objekt, was wir schon letztes Mal erstellt haben, allerdings so ansprechen und geben an dieses Objekt einfach das To-Do-Element, was wir in dieser Struktur-Direktive erstellt haben, weiter. Was heißt, wir sagen jetzt, okay, rendert dieses Objekt. Das funktioniert jetzt, wenn wir das machen, nicht wirklich. Es wird einen Fehler ausschmeißen und nichts mehr darstellen. Das bedeutet aber nur, dass wir in unserem To-Do-Element noch nichts erstellt haben, was diese Komponente entgegennehmen kann. Und das müssen wir jetzt machen. Was heißt, wir erzeugen uns jetzt erstmal eine neue Funktion. Die müssen wir hier oben aus Angular Core importieren, nämlich die Input-Funktion und ersetzen jetzt einfach unser To-Do-Element, was wir hier erstellt haben, durch einen Import. Was heißt, jetzt hört unsere Komponente darauf. Sag mal, wird mir gerade ein neues Objekt gegeben? Wenn ja, definier das bitte als To-Do. Wir brauchen jetzt auch unsere Dummy-Funktion hier nicht mehr. Die können wir ignorieren. Genauso wie und diese Funktion, die ist ebenfalls unwichtig für uns aktuell und rendern das. Und jetzt haben wir hier automatisch zwei Datensätze erzeugt, die allerdings aus unserer Elternkomponente kommen. Was heißt, wenn ich hier sage, Webseite erstellen und speichere das ab, dann wird Webseite erstellen gerendert. Das gleiche gilt auch hier, wenn ich sage, Design entwickeln. Speichere ich ab, habe hier Design entwickeln hinzugefügt. Das funktioniert also schon. Aber jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, wenn ich hier etwas verändere, dann soll es auch unserem Elternobjekt sagen, dass sich etwas verändert hat. Und hierzu müssen wir zwei weitere Sachen importieren in unsere Template-Variable, also in Template-To-Do und sage jetzt hier einfach, okay, wir möchten jetzt eine Output-Variable und einen Event-Emitter hinzufügen. Und jetzt erstellen wir uns eine kleine Variable, die kopiere ich mir jetzt einfach hier rein und sage, okay, wir nehmen uns ein Output. Dieser Output ist ein Ping. Dieser ist ein Event-Emitter vom Typ Any mit Event-Emitter Any. Das funktioniert also schon mal ganz gut. Was wir jetzt machen müssen ist, wir sagen, wir wollen jetzt etwas übergeben. Das heißt, in dem Moment, wo etwas gecheckt ist, wollen wir uns das nicht nur als Konsole übergeben, sondern wir wollen uns das als Event-Ping übergeben. Das machen wir ganz einfach. Und zwar sagen wir, zack, wir übergeben this Ping, also an diese Variable, die wir hier gestellt haben, übergeben wir mit emit ein Objekt, nämlich Event-Objekt. Das haben wir aber noch nicht definiert und müssen wir jetzt festlegen. Ein Event-Objekt ist ein Typ vom Typ Event-Ping, das wir ja schon definiert haben. Allerdings wird es jetzt uns anmarkiert, weil wir das Ganze noch nicht importiert haben. Das heißt, wir haben es ja ganz zu Beginn dieses Videos, haben wir ja unseren Event-Ping definiert, aus was dieser Datentyp besteht. Und zwar besteht er einmal aus einem Label. In unserem Fall sagen wir, unser Label ist hier jetzt Change Check. Das heißt, Anfangszeichen Check. Das nächste, was wir machen, wir haben ein Objekt. Dieses Objekt ist ein To-Do-Element. Das heißt, wir nehmen einfach dieses hier und übermitteln das an unsere Event-Variable. So, was heißt, wenn wir jetzt hier draufdrücken, wird in dem Moment etwas an unser Eltern-Element gestickt. Allerdings nehmen wir hier noch nichts entgegen. Das heißt, wir müssen jetzt sagen mit den normalen Klammern, dass wir hier auf die Ping-Variable hören und sobald diese ausgeführt wird, wollen wir eine Update-Funktion mit einem Event feuern. Und das Schöne ist, das, was hier als Event steht, das wird später oder ist später unsere Payload, das wir hier übergeben. Das heißt, wir müssen jetzt in unserer Pagelist-Komponente eine Update-Funktion erstellen. Public, Public, Update, hier sage ich ein Event vom Typ Event Ping, den wir hier oben ja schon definiert haben. Das heißt, diese Funktion erwartet auch nur einen Event Ping, sonst kann die nicht funktionieren. Und hier sage ich jetzt, okay, Console.log und gebe uns doch einfach mal unser Event aus. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und das Ganze hier einmal untersuche und die Konsole öffne und ich hier draufdrücke, dann seht ihr, zack, es wurde was gemacht. Es wurde nämlich exakt unser Datenobjekt übergeben. Wir haben ein Label, wir haben unser Objekt, was wiederum aus einem To-Do besteht und können das jetzt hier machen. Vor allem wird jetzt unser Status zu True, obwohl der hier oben ja false ist. Was heißt, wenn wir das Ganze nochmal öffnen, Konsole und ich hier jetzt draufklicke, dann sehen wir hier, okay, das ganze Objekt wurde korrigiert. Ich klicke hier drauf und das Objekt wurde ebenfalls wieder korrigiert. Allerdings hat es jetzt zwar hier drin erkannt, dass wir etwas verändert haben, allerdings macht es damit noch nichts. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass in dem Moment, wo in unserer Liste beispielsweise der Status verändert wird, dass wir hier drin auch etwas machen. Und das machen wir ziemlich simpel, indem wir jetzt hier sagen, okay, eine if-hub-Frage, check, gleich gleich Event Label. Also wenn unser Event ein Label-Event ist, dann soll etwas passieren. Also wenn unser Label ein Check-Event ist, so soll etwas passieren. Einmal gibt uns ein Konsolen-Log aus. Dann überprüfe, handelt es sich bei dem Status des Objektes um True oder False. Was heißt, wir negativieren das. Das ist sehr wichtig, weil in dem Moment, wo wir das verändert haben, haben wir einen anderen Datenwert als den Datenwert, den wir in unserem ursprünglichen Array definiert haben. Und nehmen in dem Moment, wo es False ist, den True-Event, was heißt, wir fügen oder suchen unser Element hier drin in unserem To-Do-richtigen, also in To-Dos oder in To-Dos Done. Das ist der erledigte Array. Was heißt, in dem Moment splicen wir einfach in unserem Array das Datentyp beziehungsweise das Index unseres Datensatzes, das wir erstellen wollen, weg. Und in dem Moment, wo ich jetzt das so hinterlege und das Ganze abspeichere und ich hier draufdrücke, verschwindet es und wird hier unten hinzugefügt. Was heißt, wir haben jetzt hier unten zwei verschiedene Datensätze, die wir beliebig verändern können. Das funktioniert ganz gut. Das Einzige, was hier noch nicht so richtig gut funktioniert, ist, dass es hier noch nicht hinzugefügt wird. Was heißt, wir haben hier noch keinen korrekten Array. Und das müssen wir jetzt ändern, indem wir To-Do dann uns kopieren, zack, und einfach hier drunter setzen und das Ganze als in unserem Fall leeren Array abspeichern. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und hier draufdrücke, dann funktioniert es oder sollte es funktionieren. Allerdings habe ich natürlich vergessen, hier unten unsere Variable hinzuzufügen. Was heißt, das müssen wir uns kommen kopieren und hier unten natürlich ebenfalls machen, nur nicht mit To-Dos, sondern mit To-Dos dann. Wenn ich das Ganze jetzt abspeiche und hier draufdrücke, dann wird unser Element korrekt dargestellt und wir können jetzt noch etwas weitergehen. Was heißt, wir wollen später, dass man hier das nicht mehr bearbeiten kann. Das soll man einfach nicht mehr machen können. Dazu werden wir jetzt noch eine kleine Zeile hinzufügen. Und zwar gehen wir hierzu in unsere To-Do HTML und sagen, in dem Moment, wenn wir hier ein Attribut haben, wollen wir etwas disablen. Was heißt, wenn unsere To-Do-Liste nicht mehr da ist, dann sagen wir einfach, wir wollen jetzt etwas disablen. Das machen wir wieder mit Minding und sagen, wenn das true ist, dann soll es disabled sein. Was heißt, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier draufklicke, wobei das ist falsch, das müssen wir andersrum machen, so aktualisieren. Warum funktioniert das nicht? Dann soll es eigentlich hier drin sein. Hier kann ich es jetzt nämlich nicht mehr anklicken, nichts mehr damit machen. Und hier oben kann ich irgendwie auch nichts mehr damit machen. Was habe ich da falsch gemacht? Wenn es true ist, abspeichern. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Naja, machen wir das später noch einmal. Lassen wir das jetzt erstmal gut sein. So funktioniert das auf jeden Fall. Und wir können jetzt unsere Listen hier wunderbar sortieren. Was wir noch nicht können, ist, wenn wir das hier umbenennen, dann wird passiert noch nichts. Dann wird unser Ursprungs-Array noch nicht geupdatet. Und dazu gehen wir wieder in unser Template-To-Do, wo wir hier ja schon Change-Label und Delete hinterlegt haben und sagen jetzt einfach jedes Mal nur diese Zeile Code. Das heißt, wir sagen, okay, ich schicke ein Event-Label weg. Hier sagen wir mit Label. Label natürlich richtig geschrieben. Und hier sagen wir Delete. Was heißt, je nachdem, was passiert, soll unser Page-List-Komponent eine unterschiedliche Vorgehensweise an den Tag legen. Und zwar bei Delete soll etwas anderes passieren. Und zwar sagen wir hier, okay, wenn unser Event-Label Delete ist, dann soll etwas passieren. Und zwar suche erstmal, ob es der offene oder der erledigte Array ist. Was heißt, nehme entweder diese Zeile oder diese Zeile. Suche das Objekt, was wir verändert haben und lösche es ganz einfach raus. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier draufklicke, dann verschwindet es und es ist auch nicht in erledigt. Was heißt, wenn ich das jetzt draufdrücke, sehen wir, ich kann das hin und her wechseln. Es ist einfach weg. Es wurde aus unseren Arrays rausgelöscht. Das nächste machen wir ebenfalls auch einfach mit Label. Was heißt, wenn unser Event-Label Label ist, dann suche erstmal, okay, um welchen dieser beiden Arrays handelt es sich gerade. Und dann suche in dem Array die ID. Was heißt, wenn unsere, also durchsuche alle Elemente und wenn das Objekt gefunden wurde, dann ersetze das Label des Objektes durch unser Event oder verändertes Label. Und dasselbe hier unten für unseren offenen Array natürlich auch. Wenn wir das jetzt abspeichern, hier aktualisieren und das hier reinschreiben, dann wird jetzt nicht nur das hier drin verändert, sondern unser Array auf der Eltern-Ebene verändert sich. Das können wir auch ganz einfach überprüfen, indem wir hier die Console Log ausgeben lassen für zum Beispiel unser To-Do-Element und schweichern das Ganze mal ab, öffnen uns die Konsole und haben jetzt hier, zack, Event-Label wurde ausgegeben und wir sehen jetzt hier, dass es nur noch ein Element ist, wenn ich hier drauf drücke, haben wir ein leeres Array, was nicht mehr vorhanden ist. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn wir hier die Webseite erstellen, verändern und hier wegklicken, dann wird das Label-Event getriggert und wir sehen hier unten, dass auch in unserem richtigen Array das verändert wurde. Das heißt, wir haben jetzt schon eine wirklich funktionierende Interaktion, die nicht mehr nur klammernd gefakt ist. Was uns jetzt noch fehlt ist, wir wollen noch ein bisschen mehr in die visuelle Ebene, das heißt, wir können noch nichts erstellen und wir haben hier ja auch diese beiden Zahlen. Das heißt, wir öffnen dazu unsere List-Komponente und machen hier einfach zwei gesweifte Klammern und nehmen uns hier unseren To-Do-Array, schreiben den einfach hier oben rein und sagen hier Punkt Length. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann spiegelt diese Zahl wirklich die Anzahl der Länge des Arrays dar. Das heißt, ihr habt ja gesehen, die Zahl verändert sich mit der Anzahl der Arrays. Das machen wir hier unten auch und machen lediglich den anderen Array und haben jetzt hier 0 erledigt. Jetzt haben wir 1 erledigt, 1 offen, jetzt haben wir 2 erledigt. Das heißt, das Ganze funktioniert schon wunderbar und wir sind schon wieder einen Schritt näher zu einer Interaktion. Was uns jetzt natürlich noch fehlt, ist, dass wir neue Elemente erschaffen können. Dazu öffnen wir jetzt unser Formular, was heißt To-Do-Form, und kopieren uns hier einiges hinzu. Das heißt, wir haben ja aus unserem To-Do-Element hier oben einiges hinzugefügt. Das können wir so übernehmen und in unser Formular posten. Das Einzige, was wir hier nicht brauchen, ist unser Input, weil wir nichts entgegennehmen, sondern nur senden. Und in dem Moment, wo wir etwas senden, das haben wir schon letztes Mal erstellt, haben wir hier ein Create To. Das heißt, wir müssen auch hier wieder dafür sorgen, dass wir uns ein Event Ping erschaffen. Das heißt, wir definieren hier oben ebenfalls ein Event Ping und können damit jetzt arbeiten, können jetzt hier unten einfach wieder unsere Geschichte mit einem Emit weiter senden. Das heißt, wir schicken einfach das nach oben durch und sagen hier, zack, wir senden das einfach eine Stufe höher. Das heißt, wir können jetzt ganz vorne in so einer Listkomponente bei unserem To-Do-Form wieder ein Event Ping entgegennehmen. Allerdings nicht mit Update, sondern mit Create. Und müssen jetzt natürlich noch eine passende Funktion nehmen in Page-List-Komponent, wo wir auch schon updaten und sagen jetzt hier einfach, okay, Public Create. Ups, das war falsch. Create. Und hier sagen wir Event. Und bei dem Event handelt es sich um ein To-Do-Element. Und Void, was heißt, die Funktion rendert uns nichts. Und wir sagen jetzt einfach, okay, wir haben hier ein neues Element erschaffen. Und das als erstes verändern wir hier die Position. Und zwar sagen wir, okay, nehmen die maximale Anzahl, also die Länge unseres To-Do, also des offenen Arrays und sage einfach plus 1 und füge das hinzu. Das nächste, was wir machen, ist, wir nehmen einfach this.to-dos, sagen push, was heißt, wir fügen ganz unten einen neuen Datensatz hinzu. Und in unserem Moment fügen wir einfach nur Event hinzu. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und so aktualisiere und ich jetzt hier einschreibe Rechnung erstellen und Enter drücke, dann wird ein neuer Datenpunkt erstellt. Den können wir genauso behandeln wie die anderen Datenpunkte. Allerdings, wenn wir das Ganze neu laden, verschwindet der, weil es noch nicht gespeichert wird, weil es noch aus unserer, ja, hier oben aus unserem gefakten Array kommt. Was heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit zu löschen, zu den Label zu verändern, das ganze Element zu triggern, also aus- und einzublenden und unsere Komponenten können jetzt miteinander kommunizieren. Was uns jetzt fehlt, womit wir uns nächste Woche beschäftigen werden, ist, wie können wir das Ganze mit einem Server verbinden. Was heißt, wie können wir dafür sorgen, dass wir unsere Datensätze nicht hier reinschreiben müssen, sondern die von irgendwo außerhalb dieses Servers kommen und wir damit wirklich arbeiten können, sodass wir, wenn wir die Anwendung neu starten, dass wir wirklich wieder dieselbe Liste bekommen, wie die wir auch beim Schließen der Anwendung zurückgelassen haben. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Facebook, Twitter, Instagram. Dort könnt ihr einfach vorbeischauen oder auf Discord der Community joinen. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Links zu Patreon bzw. zu Amazon, wo ihr diesen Channel unterstützen könnt und einfach ein paar kleine Vorteile genießen möchtet, wenn ihr wollt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder mit Part 7. Bis dahin, viel Spaß und ciao.